Was ist denn los? Es gibt ein Gerücht. Ein Maulwurf. Mischt mit und singt bei den Kops. Sieht aus, als hätten wir Lukas Jungs gestern ein paar Konkurrenten aus dem Sport. Glauben Sie, es ist klug, etwas zu unternehmen, ohne meinen Rat einzuholen? Sie schmeißen nicht meinen Laden, ich schmeiße meinen Laden. Wir haben ein Problem. Fünf Kilo wurden geklaut. Ich habe das Gefühl, dass es hart zur Sache gehen wird. Aber wenn du zusammenbrichst, bevor du ihn hast, was hast du davon? Da bin ich wieder, Herr Gemeinderat. Sie hatten den Room Service bestellt. Ich wollte dir nur sagen, ich habe dich im Visier voll... Der Luca ist für mich so etwas wie ein Joker geworden. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir Mr. Weaver aus dem Verkehr ziehen. Ein leichter Scherb. Zwei Schuss in den Scheißhinterkampf. Okay, von mir. Scheint ja ein richtig aufregender Tag zu werden. Wie ist der Plan? Heute Abend besorgt er sich wieder eine Süßigkeit. Und mit dem Mädchen können wir ihn kriegen. Oh, ich wüsste da schon eine. Was geht los? Heute Abend. Josef Stalin hat einmal gesagt, der Tod ist die Lösung für alle Probleme. Keine Menschen, keine Probleme. Hä? Welche Art Spiel möchtest du spielen? Du behältst verdammt einen klaren Kopf. Oh Mann, du bist echt anstrengend. Du hast ja keine Ahnung. In die wilde Party. Perfekt. Sie kriegen ihn. Macht euch bereit. Das Spiel gefällt mir außerordentlich gut. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020